Wir haben uns lange überlegt, wie wir diesen Jahreskurs aufbauen. Und wir haben festgestellt, dass es sehr wesentlich ist, wenn du aktiv an diesem Kurs teilnimmst und aktiv an deiner eigenen Glücksfähigkeit arbeitest. Wir haben uns deshalb für diesen Jahreskurs entschieden. Wir wollen eins zu eins, ganz direkt mit dir arbeiten und sehr exakt und sehr genau dein ganz persönliches Glückspotenzial herausarbeiten und herausfinden, was macht dich wirklich glücklich. Wer bist du? Und was für Sehnsüchte hast du? Und warum hast du diese Sehnsüchte? Sind diese Sehnsüchte wirklich deine eigenen? Oder sind das nur Hoffnungen, die du in dir trägst, weil andere das von dir erwarten? Unser Ziel ist es am Ende des Kurses, dass du gestärkt dastehst und Glück für dich nicht nur ein konzeptionelles Gebilde ist, nicht etwas, was du rational erfasst hast, sondern dass Glück etwas ist, das du emotional tief in dir spürst. Wir wollen dir bei diesem Kurs Handwerkszeug mit an die Hand geben, dass du nach diesem Kurs immer wieder Glücksgefühle erzeugen kannst und auf diese Weise es schaffst, dein Gehirn umzutrainieren. Und dass du dir immer wieder weitere neue Glücksmomente nachhaltig ermöglichen kannst. Wenn du darauf Lust hast, dann bist du herzlich willkommen bei Happiness House. Melde dich einfach an. Melde dich einfach an. grips with zu Thinkera und encore langsam schüttender sich gar nicht mehr Saber und